hallo dass wir konzentrieren von shanty aus den ego whisky boots wir werden eine überspringen ich habe genug von diesen lärmenden fettgruben berecht ein überfall ist also noch ein hei im kinderbecken was für ein glücklicher zufall dienen teppiche stehen um fliegende anzughosen zu machen wie umständlich solch schlicht konzipierte wertlosigkeit kann nun die arbeit eines bestimmten schweinemann sein wenn die schiffe des armobörnens dort herumsegeln kannst du darauf wetten dass sie sich wie faltigen wolkendecken verstecken sie haben ganz sicher das bestandteil das ich brauche ja ich glaube ich werde eine spielverabredung mit den kindischen armobörn arrangieren so ich habe keine raketen mehr wie sie ist das spiel wirklich abgestürzt er sagt nicht das spiel hat abgestürzt ab 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 ach gefickt jorge warum fliegen sie zuerst los wenn ich drauf springe und ich kann eigentlich mit drei fragen darauf eigentlich kurz zu wissen warum man sich mit dem kreifhacken anzeigen rankommen das würde ich jetzt natürlich nicht ausprobieren ach gefickt so das ist natürlich einfach wenn man schämen kann jetzt sollten eigentlich schwitzen wenn er gerade kommen ja alt wer ist da niemand ist so dass erlaubt wie vieles abend bei uns ist sie auf dem weg zu einer party ja oder wer kleidet sich so ihr zwei seid es also warum ihr mit armen werden zusammen seid werde ich nie verstehen dieser angehörigere sack voller gerundene schweinbauch hat keine chance gegen einen echten kapitän ich bin whiskey booze herrscherin über land mehr und luft tritt beiseite oder ihr werdet geerntet ich war dieses gespräch echt gelangweilt ja lassen wir sie weg blasen lol pju 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 blaster wird immer noch ein meme sein ich werde es ein meme machen wenn es kein meme ist kreis halt doch dein mauer du frotze ja stirb es fusionieren sie nein was machst du ach knapp bin ich andauernd im klaster haben lass mich äh wenn die grad zuerst töten blaster und der wie lange halten die noch durchs äh das war gleich gespaß quinnatosh hat zwar gerade nicht gesagt aber dass wir sie bestimmt jetzt sagen warum sagst du es nicht ich will mich jetzt beleidigt so knapp vielleicht so kommt wieso fertig triff so mit drei kuhl und das hatte ich das stück schweiße nein frage ich den falsch licht umschlagen jetzt noch zieh kann mir haben wir haben a dot spitz beste stimmt doch einfach irgendeiner und natürlich zieht sich am nächsten fokus ab als erst gestorben beste und schützt mich doch abgetroffen wie er ist er das knapp ich hasse den blaster lass es so sein ja ich will den blaster nicht haben blaster doch bei 9 blaster und das mein leben blaster so wieder gott sagt bläste was die erste foto spiel hängen geblieben den in ah ah wow wow ah 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 ja super langweilig und man kann ich dran benutzen ich bin ja gelandet ab oh mein gott oh ich will kein Essen ich will meine Son Nimm meine Son Nimm meine Son Ah gescheitert Ah du und ich kann Munition also jetzt muss zwischen weniger ohne munition töten also schon ab 10 von beiden aber naja ist ja rein geht sich gar nichts ja ja schon wieder zwischen weniger ammoniak holk oh gottes wieso habe ich den grad erst jetzt verstanden ammoniak holk ein guter pun to be honest wegen ammo barren ammoniak ammoniak ist ein stoff der sogar high machen kann wenn ich wenn ich nicht falsch liege ne ich liege richtig wenn ich nicht falsch liege dodged bitch ah gedodged oh gott falsche richtung bläste 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 ouch das ist von mir gewöhnt das ist dumm bin da wirst du mich trotzdem rein au zurecht w wieso kriege ich kein damage auf ende gar da das war sogar knapp ja ich hab grad viermal internet getroffen und nochmal twitch ich bin mich doch hundertprozentig das strafe ich treffe ich habe ich habe ich habe es und kann und kann man twitch zu leicht treffen aber wenn er gar nicht nicht bläste 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 das dauert einfach zu lange ja ja ich habe kein bock mehr auf dieses spiel ohne nur 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 ein abgab damit getroffen wenn er fläschte fläschte muss auch noch einmal bläschte ja genau weil ich schön mein gott die scheiße bläschte bläschte und man hat sich davon getroffen nein nein gott so knapp wir fressen das fies kann ich dadurch schießen ein grappling hawk endlich down nice das war wohl genug für die beiden warum kriegst du mir verstehe ich nicht das spiel genau muss ja genau dann dort bauen wieso das getan dann kann das machen das bekommen dass man so etwas machen kann naja auf die swing schiff feuer feuer eine lisa tot ja er ist tot ja ich kann von ferne angreifen und der macht nichts ja bläschte ja weil das denke hat ja warum bewegt sich das schön waren wir nach oben ach easy 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 money wo schon oh oh dodged bitch ach bitte bitte nicht ich wollte gerade nach vorne gehen hahaha gesucht ich hasse dich jetzt jetzt auch falsch das noch da 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 knapp das djinn kristall das ist einst djinn kristall sie war daraus 4 oder was als war eine spielung lustig das 2 das 2 schätze ich schiff auch so bewegt dass ich es mal prozent getroffen hätte gut dass schriftlich nicht von der aufbahn verändert aber man sich das hier einfache spiel ab wo das war knapp zweckstück knapp und shit stupe 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 schießt sich ab ja weil ich es kann und werde nicht von feuerbellen getroffen nein das werde ich natürlich nicht weil ich bin ja ich bin voll voll lecker ich frage mich wie ich das machen soll ich habe das gefühl ich muss dafür meinen körper aufgraben und das war wohl steht das ist halt ich putzen und schon gehoch mit knapp dann wurde mein arsch wieder rasiert oh gott wie soll ich das nicht kommen sehen so sprechen eine fotze eine jams hat er zicke es geht dann ich will die jams gedacht war okay die waren auch die kettenfeuer nicht gesehen und wenn ich so scheiße bringt die stelle immer gehasst natürlich hat das genau mein laufmann reingeworfen zum glück habe ich das endlich gelernt ja du hast verfluchte magie verwende verfluchte magie um deine waffenwerkzeuge und fähigkeiten zu verbessern sofort ich würde gerne durch den verpäsern das ist schon mal ein bisschen besser starten ja und kannst du nicht mit den greifen nutzen ja ja frei eine feier frei verstehst du wegen feuer feuer fliege und so ja feuer frei frei nicht lustig weiß so ein bisschen lustig erzählt mir noch nie lustig deshalb hast du mich auch hallo ich kann nicht tauchen warte mal ich kann doch brauchen wird vielleicht du bist ein bisschen fies kleingeld ich kann ja kein kleingeld hier bekommen weil es ja whisky scrunch und dort auch die königin der sieben welt mehr auch geld wollen das nicht gut noch mehr versuchte magie 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 papier magie geschafft wie sie also ich habe gehört aber auf jeden fall gelohnt hier noch ein ok oder jawohl richtig geraten eis zum glückwünsche noch mal anglaufen kein verbessern danke jetzt kann ich bestimmt zweit jetzt kann es zwei beschwunden geil ist eigentlich das ganze noch nicht benutzt also voll benutzt und vergessen dieses benutzen los das tausend mal geiler und leichter wenn ich einfach los schicken kann ach meins meine keimer ich glaube ich will dieses mal in schaden ich bin spider man nachgenutzt ja ja da vergessen die wieder zu senden schützt sie wird rot jungs dazu nicht zu brauchen ich habe spaß wieder das ist zu tode ja kommt folgen mir ans ende dieser welt ich weiß jetzt ist das haupt ach meins ja hier noch ein kristall genau was das ist ach meins eine keime aber warum schießen jetzt schon irgendetwas treffen und wirf gut gemacht und nach du nach ich werde ihn schon irgendwann töten jawohl genau das was ich erreichen wollte und verfluchte magie ich habe mich davon noch nicht einmal getan ups der chance auf wenn wir ein bisschen die gesundheit verbessern ich habe angst ich glaube ich hatte sie aktivieren ja ich sollte es haben wenn man greifhaken hat warum sollte man die plattform den aktivieren wenn man einfach das machen kann yolo oh ne frisch ist aber wieder einfach nur für schwesten geworfen was einfach kein spaß ich habe das war echt das war echt ebisch gewesen wäre ich hier nach hinten gelaufen denn nur einen schuss gemacht und dann wäre es tot das war halt richtig krass gewesen schade das hat ja nicht passiert verdammt ich wollte mich immer noch auf die krankenstation woher haben wir denn hier ich weiß nicht was ich sehe aber ich bin sicher dass ich es mag schweinemann 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 gib mir die teil die ich brauche und ich werde die schläge ersparen naja kabloom ratatata du willst eine Runde kämpfen ja warum nicht zeig mir was du drauf hast Prinzessin oh bitte Truppen handeiten diese magische Teppiche in fundierte Prototypen sind ziemlich stabil aber sie sind mehr als ich brauche um ein kiefer wie dich zu schlagen breitstellung der 0 einheit sicher sie haben die sicherheitsinspektion nicht bestanden begnüge dich damit keinen winseln ich hätte ihn schon von aero fiddler ging es mal so in der schweinemann warum kann ich die one shotten warum kann ich die one shotten ab alles wo hat mich getrommelt getroffen gedeutscht bitch so klingen die klingen wie mädchen und stinken kreiswässig stinken hässlich als ich meine gott es stinkt wenn ich gerade nicht ja die künftigen wollte in amoe baron treffen nicht euch schlappen ich muss was essen bevor ich noch wenigstens welcher ich habe schon stört das ist doch eh nicht wo sie sich nur problem give me that money amateur du kannst es nicht mit mir aufnehmen nehmen diesen müll weg nächstes mal werde ich mich nicht zurückhalten du huren im spät obwohl sich was das leute eine halbe stunde gedauert wird wir sind doch nicht beim spaßigen teil ausgezeichnet mit diesem teil in meinem besitz werde ich in der lage sein mein dynamo noch stärker zu machen ist das für mich du hast kranken ball ach so kranken weil ich kann ja ich habe einen kranken ball ein seltsames objekt das unterwasserbewegungen gewährt scheinen die schulen nicht konstruiert zu sein diese kleinen diebe gute arbeit männer ich werde diesen kranken ball sofort auf die probe stellen bringt mir weiterhin diese vorrichtungen nein was habe ich gerade gehört das letzte gebiet war ein kinderspiel nun dann schauen wir uns dieses jinn kristall mal genauer er scheint in der nähe von anderen formen der hellen magie zu schwingen wenn ich genug von ihnen habe kann ich die eingangs im jinn reichen genau was er stand diese magische tugend wollte werden nicht wissen wie ihnen geschieht ha 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 nun wo soll ich jetzt nichts hingehen bei mir wohl der nächsten folge rausfinden bis dann tschau ja 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 irgendetwas